Printmailings sind ein hochwertiger Mediakanal mit einer nachhaltigen Performance und sie lassen sich komfortabel digital integrieren. Die unschlagbaren Vorteile eines Printmailings sind dabei eine beeindruckende Conversion Rate, höhere Durchschnittswarenkörbe und lange konstante Umsätze. Darüber hinaus bieten Printmailings noch weitere Vorteile gegenüber digitalen Werbeformen. Sie erreichen jeden Briefkasten. Alles ist DSGVO-konform und bei der richtigen Planung gibt es so gut wie keine Streuverluste. Und da sind wir auch schon beim entscheidenden Punkt, die Planung Ihrer Printmailings. Vermutlich koordinieren Sie Ihre Marketingaktivitäten bereits digital über ein MAS, ein Marketing Automation System. Wir bringen nun die klassische Welt des Printmailings und die digitale Welt der Automation zusammen. So lassen sich Printmailings ganz einfach, wie jede andere Maßnahme auch, über Ihr MAS planen, aufbauen und steuern. Somit sind Printmailings ein komplett integrierter Teil in Ihrem ohnehin schon aktiven Workflow. Zu schön, um wahr zu sein? Wir zeigen Ihnen, wie einfach das geht. Im Grunde läuft alles genau so, wie Sie es bereits kennen. Zunächst legen Sie das geplante Mailing als Einzelaktion oder im Rahmen einer Customer Journey an. Nun können Sie in der Printmailing Automation der Deutschen Post Ihr Mailing ganz nach Ihren Wünschen und den Bedürfnissen Ihrer Kunden konfigurieren. Sie wählen das Werbeformat aus und bestimmen, wie individuell Ihr Printmailing am Ende sein soll. Bei Basic reicht Ihnen eine individuelle Adresse. Mit Plus können zusätzlich bis zu fünf schwarz-weiße Textvariablen auf den Kunden zugeschnitten werden. Und bei Unique kann das Mailing farbig und mit Bildern auf beiden Seiten komplett individualisiert werden. Die Kosten in Verbindung mit der angestrebten Aussendungsmenge sind dabei für Sie zu jeder Zeit transparent. Nun können Sie im Web-Editor Ihr Mailing inhaltlich und visuell gestalten. Entweder laden Sie Ihr Design als bereits fertiges InDesign oder PDF-Dokument hoch. Oder Sie importieren Ihre Bilder und Schriften und gestalten das Mailing direkt im Editor. Dabei sehen Sie in der Vorschau zu jeder Zeit, welche Bereiche Ihnen für das Design zur Verfügung stehen. Und wenn Sie mit der Gestaltung Ihres Mailings fertig sind, brauchen Sie es nur noch in Ihrem MAS freigeben. Das Tolle, Sie müssen es nur einmal aufsetzen, denn ab jetzt läuft alles vollautomatisch. Weitere Mailings können von nun an individuell auf Ihre Endkunden zugeschnitten, direkt aus Ihrem MAS aktiviert, von uns ohne Zeitverzug gedruckt und gewohnt schnell und zuverlässig zugestellt werden. Für mehr Effizienz bei Ihren Maßnahmen und noch mehr Erfolg bei Ihren Kunden mit Printmailings und der Printmailing Automation.